Also heute sind wir dort, weil wir zeigen unseren Großkunden, die im gewerblichen Bereich, aber insbesondere im karitativen Bereich sind, welche neuen Möglichkeiten haben wir bei Opel, einem tollen Fahrevent, aber insbesondere auch, was die Industrie am meisten bewegt, nämlich die Elektromobilität. Wir haben viele Informationen hier unseren Partnern, Händlern, aber auch uns bei unseren Kunden vorstellen. Also es sind vier Bereiche im Wesentlichen. Das eine ist die Produktstrategie von der Marke Opel im Zusammenhang mit der PSA-Gruppe vorzustellen und ganz gezielt auf das Thema Elektromobilität. Das zweite Thema alles rund um die Thema Dienstleistungen. Also mit uns macht es nicht nur Spaß Autos zu fahren, sondern auch zu nutzen. Also ganz um das Thema Dienstleistungen, Konnektivität, Digitalisierung. Und der dritte große Punkt ist für uns das Thema Fahrevent. Zu erleben, wie unsere Autos fahren, denn das ist am Ende des Tages das, was am meisten zählt. Sicherlich ganz neue Autos und mit einem ganz anderen Fahrerlebnis für die Kunden als auch für unsere Händler. Und ich wünsche mir, dass wir alle mit einem Lächeln nach Hause gehen und sagen, das sind echte Opels und wir haben mal wieder Autos, die noch einen Schritt weiter dahin gehen, was die Kunden heute haben wollen. ocurren, wenn ich weiß. die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020